Nach dem verzweifelten Versuch der IBG, eine nukleare Paz-Situation zu erzwingen, ist der Präsident heute früh zu Beratungen mit Vertretern des Sicherheitsrats eingetroffen. Dieser hat den Asiatischen Pakt autorisiert, gegen die internationale Befreiungsgruppe mit aller Härte vorzugehen um dadurch die Wiederherstellung der Ordnung und des Friedens in ganz Europa zu garantieren. Der Präsident sprach wiederholt vor den Vertretern des Sicherheitsrates ein tiefes Bedauern aus über den unvermeidbaren Einsatz von Atomwaffen, die in dem derzeitigen Feldzug gegen die Truppen der internationalen Befreiungsgruppe eingesetzt worden sind. Live aus Europa mit Nachrichten von Sun Mei Ying. Yo, yo. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Dritte Mission China. Coburg, irgendwo auf dem Kontinent. Befreiung. Gott, wie sehr wünsche ich mir, dass es hiervon ein vernünftiges Remake geben würde. Nicht ein Remaster, ein Remake. Oder einfach nur ein Generals 2. Was ja eigentlich schon in Auftrag gegeben war, war ja auch schon am Entwickeln, aber dann hat EA gesagt, ah ah, wir machen es doch nicht. Und dafür hasse ich EA, ganz ehrlich. Was so? Guten Tag, Commander. Nachdem wir die Offensive der IBG gestoppt haben, wird es nun Zeit, zurückzuschlagen. Unsere Operationen haben in aller Welt großes Aufsehen erlebt. Alle Augen sind nun auf uns gerichtet. Ein langer Feldzug wäre daher schlecht für unser internationales Ansehen. Aha. Wir müssen diese Stadt aus dem Würgegriff der IBG befreien. Okay, ähm... Internationales Ansehen, mehr von diesen Dingern hier kaputt machen. Okay, sollte ja kein Problem sein. Götling, Panzer, einsatzbereit! Hören Sie irgendwas? Haus, Maus, einsatzbereit! Dann machen wir das mal ein bisschen kaputt hier. Aha. Achtung, Ihre Abwehrstellungen sind mit Tarnnetzen getaunt. Ich kann Sie schon hören. Jungs, fahr doch mal weg da, ey. Meine Güte. Wo geht's zur Schlacht? Gottes Willen. So, das heißt, also wir sollen schnell machen. Wir haben große Pläne. Guck mal, dann bauen wir mal das Nachschublager. Das mochte ich ja an, äh... Zero Hour. So unheimlich gerne. Dass man das alles freisetzen konnte, das war so toll. Gott, ist das Ding im Eimer. So, wir müssen aber weiter. Warte mal kurz. Nee, das ist es nicht. So. Nur haben wir versagt. Oh, wir müssen, müssen also Gas geben. Unglaublich. Okay, dann machen wir mal. Müssen aufpassen. Mh... Okay, dann gehen wir mal weiter. Viel Zeit haben wir nicht. Müssen ein bisschen Gas geben. Aha. Ah, sehr gut. Machen wir das kaputt. Hier, schnell. Ja. 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 Ja, aber nicht mal auf Top-Niveau. Ja, jetzt haben sie es kaputt gemacht. Weitermachen. Wo soll das Zeug hin? Ja. So, okay. Upgrade, upgrade. Voll. Genau, lasst uns bauen. Upgraden. Zack, zack, muss das gehen. Ich brauche auch Verteidigung. Ah, wieder diese scheiß Typis hier. Eine Güte. Jetzt kommen sie von da oben auch noch. Okay, jetzt hier. Einheit verloren. Müssen schnell machen. Dann muss alles ein bisschen flotter gehen. Ja, komm. Ähm. Okay, wir gehen mal weiter gucken. Ah, das ist die nächste Statue. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Problem ist, der hat ja überall Sprengfallen auch hingepackt. Und das ist natürlich nicht so gut. Sehr gut. Ähm. Leute, Leute, Leute. Von heute. Wir brauchen die. Wir brauchen mehr. Genau, wir sind gemeinsam stark. Nur gemeinsam sind wir stark. Strom wird langsam knapp. Komm, bauen wir noch mal ein bisschen was. Ich würde ja so gerne... Okay, sehr gut. Das wird mal ein Hörschissen, Leute. So, Leute. Ich kann sie schon hören. Wir müssen weiter. Wir müssen... Kämpfen. Leider gegen die, ähm... Uhrzeit. Also wir müssen waschen. Und das ist eine Sache, die mir gar nicht so gut gefällt jetzt. Noch nicht zu dem Zeitpunkt. Weil wenn der hier ankommt, dann haben wir ein Problem. Ähm... Waffenfabrik, Kommando... Viel mehr können wir auch nicht bauen. Marsch, Marsch. Okay, 30. Ähm... Höre den Feind ab. Okay, wir gehen weiter. Hören Sie irgendwas? Dass wir die nächste Dings machen können. Mhm. Ja, wissen. Ich hab jede Menge Munition. Und hören Sie irgendwas? Na, der eine ist natürlich im Eimer. Rückke ab. Weiter, weiter. Aha. Standort hier. Na, komm. Weiter geht's. Waschen, waschen, waschen. Ja, wir sind ja schon dran. Weiter. Wir sind schon längst dran. So, ran hier, nächste. Ah, sehr gut. Jetzt kümmern wir uns um die hier. Genau. Ratatatatatatata. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Okay, was haben wir hier? Streubomben. Wir wissen, wo sie sind. Na, mach mal. Produzieren, produzieren. So, zack, zack, muss das hier gehen. Immer mehr produzieren, produzieren, produzieren. Hinterher. Einheit verloren. Ja, ja, du, mich auch. Das ist jetzt hier echt nur, ähm, irgendwie waschen. Ah, zack, der ist schneller. Ah, sehr gut. 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 Aha. Machen wir die mal schnell kaputt. Macht das weg hier. Kommt, ihr seid im super Angriffsmodus. Ah, sehr gut. Das klappt ja hier wie am Schnürchen. Das ist ja... Einheit verloren. 1A. Hey, Jungs. Nächste Horde. Marsch, marsch. So, mehr Panzer. Mehr, mehr, mehr. Da muss noch mehr passieren. So, wir geben hier Gas. Okay, voll. Rein. Können nicht so lange, äh, rumfackeln. Da sammeln wir uns. Naja, ja, ist klar. Sehr gut. Also. Echt, mit einer fetten Horde hier. Müssen wir nur, äh, aufpassen auf das hier. Internationales Ansehen. Da müssen wir aufpassen. So, alle Mann vor Ort. Wir wissen, wo es ist. Dann geht's weiter. In die Richtung. Auf geht's. Komm, komm. Hier ist noch was. Noch so eine Statue. Ja, bis vor. Den haben, äh, bis jetzt haben die keine Chance. Was mich ja freut. Nächste. 90. Sehr gut. Die machen Fortschritte, Commander. Der Großteil der Stadt ist bereits befreit. Ja, sehr gut, ne? Gehen wir mal weiter. Ja, da ist noch ein Bohrturm. Okay. Und da ist noch eine, äh, Statur. Sehr gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ja, ein bisschen rösti, rösti. Mach das weg. Perfekt. Perfekt. Götling-Panzer einsatzbereit. Ja, mach mal hin. Nachricht. Wir haben die Stadt befreit. Juhu. Benichten Sie jetzt die GBA-Basis am Nordufer des Flusses. Natürlich. Sir, die Bevölkerung rebelliert gegen unsere Feinde. Sehr gut. Sollen Sie rebellieren? Wohlstand leben. Hm. Schwimm hier. Ja, okay, Jungs. Zeit für die Faust-Maus. Jetzt haben Sie mal einen Horden-Bonus bekommen. Gas geben. Nein, Olli. Nein, das ist ja auch Zero Hour. Das ist Zero Hour. Gemerele ist durch. Da hast du recht. Oh. Na komm, mach den mal weg hier. Ja. Ja. Mach den mal weg da. Junge, der geht mir jetzt hier auf den... ...auf den... ...kriegt der hier. Jetzt reicht es mir aber hin hier. So, ihr sammelt euch mal. Und den Rest machen wir jetzt hier weg hier. Einheit verloren. Ah, wir dürfen... ...müssen Gas geben. Weil wir hier nicht... ...volle Pulle machen. Dann... ...müssen schnell sein. Internationales Ansehen darf nicht auf Null sinken. Einheit verloren. Ja, ja. So, komm. Mehr, mehr, mehr. Ja. Mehr Feust-Maus. Ich baue für China. Oh, und du... ...kannst nochmal da oben mit hingehen. So verdient man Geld. Und ihr... ...geht... ...dort mit hin. Aha. Na gut, dass wir gerade durchgegangen sind. Macht kurz einen Prozess. Das Gat-Sturm wegpusten. Dann gehen wir weiter. So, Jungs. Ähm... Jetzt habe ich keinen Typ hier, oder wat? Ich brauche mal einen Soldaten. Hol dir das. Mehr Feust-Maus. Endlich mal eine Mission, wo man kein Geld-Problem hat. Das ist so entspannt gerade. Das ist der Hammer. Richtig schön entspannt. So, wie ich es mir vorstelle. So, der holt sich das. Neh mal da hin. Mal gucken, was da noch ist. Die können das holen. Der Rest kann nach oben gehen. Wir müssen Gas geben. Nur noch auf 75. Ah, was haben wir da? Marsch, marsch. Nächste Gebäude. Okay, ja. Ist klar. Skat-Sturm. Skat-Dingsbums. Dann holen wir uns den mal. Und schnell wegmachen. Was haben wir da? Oh, getcharnte Bikies. Ah, perfekt. So, weiter vorrücken nach oben. Ah, hier ist ein bisschen wüst jetzt alles. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen Gas geben. So, feuchste Maus. Ähm. So, hier geht's auch nochmal weiter. Genau. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier oben ist... Einheit verloren. Da ist noch... Oh, das ist noch ein Skatty. Kein Wunder, dass es die ganze Zeit ballert. Aber der ist erledigt. So. So. 46. Muss aufpassen. Okay, weiter, 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 weiter. Ähm. Mehr davon, mehr davon. Wir sind die Rote Garde. Sofort. So, da kommt der Rote Wall. Faust, Maus, Einsatzbereit. Wir durchbrechen Ihre Panzer. So, hier gehen wir weiter. Das Panzer, wirklich jung. Wir halten die Stellung. Aber egal, ob die kaputt sind oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wir sind unbesiegbar. Hörst du auf, die Mienen da wegzumachen? Ich glaub's da. Zack, der. Einheit verloren. So, jetzt geht's ab. Wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Okay, hier müssen wir waschen jetzt. Keine Wahl. Nachschub kommt ja zum Glück schon. Einheit verloren. Ja, 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 ja. Alles klar. Einfach mit Gewalt jetzt hier rein. Ja, 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 kommen ja schon. Und. Ja, so, zack. Hier ist die rote Welle. Wo geht's zur Schlacht? Hier sind auch noch jede Menge. Ja, macht alles kaputt. Einheit verloren. Ja, hier macht alles hier kaputt. Das ist gut. So, Jungs, weiter nach oben. Nachschub. Ist das mit euch? Hier habt ihr keinen Bock zu fahren, oder wat? Ja, da ist eine Menge. Machen wir mal erstmal hier weg. Erstmal ein bisschen zurückziehen. 27 ansehen nur noch. Eieieiei, es wird knapp. Wird knapp. General, wir müssen die IWG zurückschlagen. Ja, es wird langsam kritisch. Wenn die mal ein bisschen schneller Gas geben würden hier, wäre schön. Wer macht jetzt kaputt hier? Ja, Alter, was hier runterkommt an den Dings? Ja, alle, Mann. Volle Pulle drauf. China ist einfach nur Masse. Nur Masse. Alles nur Masse. Okay, weiter. Wir können China nicht zerstören. So, ihr holt euch das jetzt. Beziehungsweise das da. So, hier ist mittlerweile alles rot. 21. Mann, 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 Mann. Das rennt. So, bewegt euch mal hier alle. Weiter, weiter, weiter. Meine Fresse, ey. Ein Königreich für die Atombombe. Wird echt eng. Nur noch 16. Eieieiei, ich wasche ja schon, ne? Wie so, wir sind die Rote Garten. Sie können China nicht zerstören. Staat, meine Fresse. Für die Republik. Gibt's da nicht, ey. Aus, einsatzbereit. Attacke. So, los. Unser internationales Ansehen leidet. Ja, ich weiß, Mann. Ich kann's aber nicht ändern. Ich muss ja auch mal ein bisschen erst mal gucken, ja. Bin doch schon dran, Mann. Mach schon 13, nur noch. Oh, Gott. Pallas. 12. Ja, 11. Weiter, wo jetzt? Wir haben nur alles weggemacht. Da ist noch so eine Figur. 10. Aha. Alles klar, das war's. Wir haben gewonnen. Äh. Ansa, das Gebäude zerstören. Und dann kommst du noch. Gab Punkte plus. Okay. Ja, hat der so auch gefunkt, ne? Das war ja auch easy jetzt. Also, das war wirklich easy. Bisschen Zeitdruck, aber okay. Weiter zur nächsten Mission. Die Anspannung ist groß. Und wieder einmal stürzt die westliche Allianz die Welt in einen Absatz. Hat unser Präsident den Vorwurf der Beteiligung an der internationalen Befreiungsgruppe? Ziehen sich seit dem letzten Sieg der westlichen Spittergruppen angeblich um die Vorherrschaft. Die Truppen der westlichen Allianz ihre Angriffe unterdessen verstärkt. Ist es an uns, unseren europäischen Freunden weiter? Vertreter der WA sagten uns, dass ein Generaldeckname Dr. Trex verantwortlich ist für das Programm. Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig.